und weiter geht's in you hier sind wir gelandet noch nichts gemacht die letzten rätsel rauben mir ein wenig die nerven weiß auch nicht okay wie geht es denn hier jetzt weiter das ist nicht die idee das kriegt ist das ein machen wird das nix achte fest richtig runter doch passiert auch noch nichts so kann man es eventuell probieren ich glaube wenn wir hier immer was davor haben dann könnte das funktionieren für nicht lange aber das wird so gruselig jetzt brauchst du lange diese letzten rätsel da ist rot ich komme nicht durch ja es ist doch es ist zum häuser melken echt ich habe gerade keine lust mehr klein leute 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 ich glaube das hat hier was zu bedeuten ich bin doof ich glaube das hat hier was zu bedeuten moment sagt nichts ich verstehe mein problem so da drüben ist halt dieser was gibt es hier oben hier gibt es eine sprungfeder das ist die grünen das war da eben das ist dunkelblau also müsste das hier theoretisch auch dunkelblau werden ok 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 naja alles klar so jetzt müssen wir noch dafür sorgen dass das da unten drauf kommt schwere geburt was ist das zum heulen da muss das blau sein jetzt machen wir rot aus ich schrei 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 das ging ja auch so war es jetzt nicht geplant es ist so schlimm dass hier alles irgendwie miteinander zu tun hat aber jetzt sehr fein so das sieht ja auch sehr lustig aus da oben geht das auf gucken was hier passiert kommt wieder dort an die frage ist wozu braucht man das um hier hoch zu kommen möglicherweise zu kurz das könnte reichen wenn du weiter wie geht es weiter da geht das auf durch auf hier das das was das ist du das ist das so richtig gecheckt habe ich es nicht ja na gut ich sag erstmal ich mach hier mal einen kurzen cut weil ich bin gerade echt überfragt ich weiß gerade nicht wie ich hier gerade weiter kommen soll und bevor ich hier völlig verzweifle und meine laune verliere zeige ich euch gleich wie es weiter geht ich probiere mich ein bisschen aus wir sehen uns gleich bis denn nehmt heute nicht richtig auf ok also wie gesagt ich habe jetzt hier diesen gelben block dort den von dem ist noch ein bisschen schieben das haben wir hier erstmal auf genau und der muss unbedingt in gelber form hier auch rüber kommen das heißt ich muss ja extrem aufpassen dass er auch geld bleibt weil diese gelbe farbe die ist gleich super wichtig so er ist noch gelb sehr gut denn wir stehen jetzt diesen block hier drauf so und er bleibt auch gelb das ist ganz wichtig und dann sagen wir hier ihr dürft wieder euch bewegen jetzt sind natürlich alle laser noch an das ist aber ein bisschen gewollt denn und das seht ihr gleich sagt hier drauf hier drauf und hier rein so jetzt ist hier alles offen dank dem gelben block wir gehen wieder zurück in die gelbe farbe und siehe da die lösung lag so nah ich bin ewig nicht drauf gekommen jetzt hat es endlich geklappt dann holen wir hier diesen block runter der darf mit hier hingehen du darfst jetzt hier weg gehen brauche ich jetzt nicht den stellen wir hier drauf so jetzt ist mir egal welche farbe der hier kriegt denn wir halten jetzt alles an das war zu nah das ist okay so und dann springen wir hier drauf da drauf da drauf da drauf und haben dieses level geschafft endlich da seid ihr wieder wie gesagt wir haben jetzt diesen tollen raum geschafft gehen jetzt in den nächsten und sind wieder draußen im schnee wer ist hier maxwell hallo maxwell also irgendwie gehe ich ständig immer zwischen hier den zwei häusern lang und ständig steht hier eine neue figur könnte das sein könnte das sein so es wird nicht besser aber ich glaube das ende ist nah das ist ja nicht gut wie gehe ich denn jetzt runter wie kriege ich denn den jetzt hier runter ich muss einmal komplett nach drüben und dann nach unten zu kommen okay das heißt ich muss die der muss auf jeden fall geld bleiben der muss blau werden so und der muss dieses violett haben weil nur wenn wir so dann kommen wir auch hier lang haha 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 super ich glaube der ist auch wichtig ich weiß nur noch nicht wofür würde ich sagen dass ich erstmal stehen so ich jetzt es kann doch nicht dein ernst sein so jetzt bin ich hier durchgekommen hier komme ich natürlich nicht durch hier komme ich natürlich nicht durch jetzt muss ja wieder gelb werden Leute 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 Link Das geht nicht. Der darf gelb bleiben. Der soll blau werden, damit ich dort oben durch die Laser erstmal durchkomme. Der muss auch rosa werden. Gut, jetzt einmal wieder hoch. Dann bleibt das erstmal hier erhalten. Ich weiß nicht, was ich mit dem hier machen muss. Ich komme hier unten aber nicht weiter. Das heißt, wenn ich jetzt hier gelb mache, gehen die Laser durch. Das heißt, hier müsste der Stein rosa sein. Gut. Wenn wir jetzt hier das reindrücken. Habe ich jetzt quasi. Hier komme ich jetzt durch. Mache ich hier blau. Hier komme ich wieder nicht durch. Das heißt, ich brauche eventuell. Den hier. Aber dann komme ich nur bis hier hin. Das könnte es am Ende so einfach sein. Ich stelle den mal hier hin und schaue. Ich würde eigentlich jetzt etwas ausprobieren. Das geht noch nicht. Ich stelle mich absolut deppert an. Das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Ich kriege die Krise. So, also das habe ich ja schon mal begriffen. Das habe ich schon mal begriffen. Du. Ja, das habe ich mir aber so nicht vorgestellt. Jetzt ist er auf jeden Fall rosa. Und da kann man verschwinden lassen. Könnte ich eigentlich auch dort lassen. Jetzt muss ich nur die anderen irgendwie noch farblich umdekorieren. oder? Це dem fleizig. робigen. Keine. so mal gucken ob das jetzt funktioniert hat ich bin sehr gespannt ja warum 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 hat das jetzt hier nicht funktioniert das hat schon mal funktioniert das funktioniert noch nicht so richtig nach der hinten muss grün werden der da hinten muss grün werden so nehme ich mal mit hoch sehr gut komme ich von der anderen seite so und der darf jetzt grün werden ja hallo du darfst jetzt theoretisch auch wieder blau werden also hier das andere jetzt aber die richtige farbe so und hier genau und jetzt gucken wir mal ob das jetzt funktioniert sollte eigentlich eigentliches funktionieren blau genau und dann kommen wir hier auf jeden fall an diesen schlüssel und können einen raum weiter so was kommt als nächstes eine blaue wand die können wir noch wegnehmen lampen die man bewegen können hier kommt nichts weiter so nach oben ist rot das teil das teil das teil ok also das heißt ich muss theoretisch das in das macht das hier komme ich einfach so durch da hinten ist rot ich glaube den roten brauchen wir ich glaube der ist wichtig aber da komme ich nicht hin wie kann man das ding hier öffnen das war jetzt ungünstig ja also ich sollte hier nicht runter fallen ok habe ich verstanden also wir müssen diesen gelben hier holen wenn ich das richtig sehe zu wenig so ok dann mal den schon mal guck mal wir machen ja einfach mal spaßes halber rot ich glaube ich lasse den so aber ich glaube die rote farbe da unten hat was zu bedeuten ja ich glaube die rote farbe hat da was zu bedeuten ich glaube die ist wichtig aber ich kann das nicht so einfach ausschalten also muss ich vielleicht erst mal herausfinden ach du da hinten öffnen ist das könnte mal hier jetzt mit blau und dann kommen wir hier an den zweiten balken ran und dann können wir eventuell den hier hinsetzen jetzt sehen wir mal den dunkelblauen dass er mich hier nicht gleich erschlägt machen den jetzt hier rot und gehen wir hier hoch machen wir alles rot zack wir kommen zumindest schon mal an den schlüssel ran sonst haben wir viel wert zack 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 Okay, das weiß ich nicht. Echt jetzt? Das ist doch nicht euer Ernst. Dann brauche ich den doch noch hier. Das war ganz schön clever für mich. So, wir brauchen einen Schlüssel. Wie immer. Ach, das sind ja Bälle. Uh, der ist aber schnell. Ach, ich ahne was ich machen darf. Okay. Also hier dunkelblau. Uh, 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 was ist das denn? Uh, rot. Wie ist das? Nein. Ah, shit, 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 shit. Uh, ist ja schnell. Uh, ist ja schnell. Kannst schnell gehen. Hallo. Warum? Warum? Also das ist ja klar. Ich muss hier nach unten. Und dann muss ich wieder hoch. So. Rot weg. Dann machen wir hellblau weg. Rot weg. Und jetzt ganz schnell. Shit. So. Nächster Raum. Okay. Ich komme zu ihm hier hinter. Okay. Jetzt komme ich zu meiner Stimme hier hoch. Nö, ich komme hier nicht weiter. Okay, der Laser ist grün. Hm. Das heißt, wenn ich den Laser jetzt, also das blaue, dunkelblaue weg mache, dann erwischt er mich. Das ist natürlich nicht so gewollt. Entschuldigung. Ich könnte aber. Den hier rüber ziehen. Dann mache ich hier einmal mal orange. Äh, war falsch. So. Jetzt kommt das weg. So. Nee, 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 nee. Lass mal das grün hier. Warum ist der jetzt nicht runtergegangen? Jetzt komme ich auf jeden Fall hier durch. Aber wo muss ich denn hin? Jetzt ist der schon mal weg. Können wir den zu machen. Ich weiß noch nicht wozu ich den brauche. Ich nehme einfach mal mit. Ah, dammit. Vergessen. Okay. So, einmal drinnen nach oben. Den nehmen wir mit. Gar nicht so einfach. Schön auf dem Nischel drauf. So, und jetzt. So, und jetzt. Zuck. Wie komme ich jetzt hier runter? Ich weiß. Wie komme ich jetzt hier runter? So, und jetzt. Jetzt gibt es hier immer noch dieses grün. Das heißt, es sollte vielleicht hier so lang gehen. Wie komme ich denn hier jetzt runter? Der macht mich doch gleich kaputt. Ich bin auf der falschen Seite. Ich bin auf der falschen Seite. Ich bin auf der Gatesl 꽃. Und jetzt. Okay, woher kommt denn da sie dann weg? Das ist hier natürlich ». Weizen. das wird so mischt was war das denn jetzt? wie genial war das warum geht der nicht runter? jetzt habe ich den fehler doch schon wieder gemacht wie blöd stelle ich mich denn an ich komme nicht dahin das ist doch scheiße das ist so pipifax ich muss mich noch kurz ein bisschen ab reagieren ich sage vielen dank fürs zuschauen wir sind hier am ende und die rätsel werden schlimmer obwohl die lösung eigentlich klar ist trotzdem vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge mal gucken bis nachher abonniere 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 abonniere